Nein! Ich bin jetzt drei Minuten auf dem Server. Ah, wir nehmen aus! Nein! Max, da läuft einer zu uns rüber! Weg mit dir, Hanno! Nein! Hanno ist auf Bett genommen, Max! Let's go, Kai, learn to play! Ey, wenn ich in echt mal euer Bett seh, ne? Ich werd da so draufpilzen. Wir sind drauf! Ey, wir sind schon drauf! Geil, das hat funktioniert! Holisch... Alter, Gummibärchen, das ist ja mega nice! Erstmal... Nein, nein, nein. Erstmal wusste niemand irgendwie Bescheid, sowohl Hamburg als auch Berlin, als auch alle Talents nicht, wie man Bad Wars spielt. Und da meinte ich, kein Problem, Revi regelt das. Stimmt das? Das ist so eine Scheiße. Aber wir kriegen das hin. Aber ne, du machst einen eigenen Server und alles. Eins mal die 1.14.4. 1.14.4, guck mal, das musst du auch Hanno und Maxim sagen. Du hast abgenommen, oder? Ja, ein bisschen. Wie viel? 8 Kilo. Machen wir gleich Liegestütze-Wettbewerb, oder? Ne, ne. Warum? Wie viele Liegestütze schaffst du? Pff, 8. Ich wieg immer noch 100. Pff, 13 Kilo, das ist total viel. Geil. Mhm. Ich hab 30 Kilogramm pures Fett. Ich muss ganz kurz mal sagen, Revi hat hier grad ein Celebration aufgemacht. Der hat ja immer so hinten zum Aufreißen so ganz chillig, ne? Aber er hat ihn so auseinandergezogen wie ein Schokobomb und hat ihn nicht aufbekommen. Was soll denn das jetzt? Was soll denn das jetzt? Ich hab das genau gesehen. So. 1.14.4, ja? Gehen auf revinsat.tv. 1.14.4? Aha. Ah ne, wir müssen 1.12 spielen. Was? Tut mir leid. Mein ganzer Chat sagt, du bist lost. Ich? 1.14 für Badwoss. Oh, Megalull ist der lost. 1.12. Max, wir werden verlieren. Wir werden klicklich verlieren. Ey, find ich aber auch richtig fies, dass du in Badwoss mitmachst und unsere Gegner sind über Shit. Wer? Henno und Maxim. Die können doch noch mit WASD laufen. Max, ich bin da auch nicht gut drin erstmal. Und die nächste Frage ist jetzt auch, können wir nicht mit denen in den Voice-Chat vielleicht gehen? Sind wir schon? Sind wir schon? Echt? Ja, ich hoffe, wir sind zugeschaltet. Hallo? Verarscht. Hallo? Hallo? Hey, Guys. Hallo. Guck, da hören wir sie. Alter! Hallo. Wir spielen jetzt zusammen Minecraft Badwoss. Ich muss euch leider jetzt in den Rücken stechen und ich spiele gegen euch mit Trimax. Wir installieren erstmal die Minecraft 1.12.2. Klar? Habt ihr das geschafft? Ihr macht jetzt mal, was wir sagen. Eine Ewigkeit später. Jetzt sind wir schon mal zu dritt. Du bist ja der beste Spieler, Revi. Weißt du das? Hey, ich hab dich geguided. What the fuck? Du hast gar nichts gemacht. Was hast du für'n Skin? Drück mal F5. F5? Ja, ich hab'n krassen Pullover, oder? Ist doch bei mir kein Skin gemacht. Oh Mann, wieso hab' ich so'n scheiß Pullunder an. Wo ist denn Henno? Der ist halt ein bisschen dumm. Ja. Revi macht ja auch noch Werbung für seinen Server. Digga, ich wusste nicht mal, ich dachte, das wär alles vorbereitet gewesen. Wie dieser Evive. Ey, Revi, jetzt hau' auf damit, Mann! Ich hab' jetzt hier ein Abonnement abgeschlossen auf Revis Server. VIP++ für 39,99 Euro im Monat. Das gibt's hier nicht zu kaufen. Das gibt's nicht. So ein Server ist das nicht, Max. Wir spielen jetzt aber gegen Zuschauer von uns. Das wird eklig. Was? Nein, hey, lass doch 2 gegen 2 machen. Vielleicht bin ich wieder rausgeflogen. Weil wir kein VIP haben. Digga! Auf deinem Server? Ich wüsste das doch gar nicht, Mann! Dann lass doch mal was springen für uns, für deine Jungs. Ja, mach' ich jetzt. Ich hab' mir jetzt VIP++ gekauft und Premium-Server. Ich bin jetzt bei 75,99 Euro im Monat. Ja, ja, ja. Revi, ich bin erst seit 3 Minuten auf deinem Server. Ich bin seit 3 Minuten auf dem Server. Ich kann fliegen? Nee, doch nicht. Doch. Tonziegel. Ach so, okay. Hey, du ist jetzt mit dem Random drin und Maximus mit dem Random. Ich bin mit Trimace zusammen. Geil, geil, geil! Let's go! Ich mach euch nass. Okay. Ich hab' Ziegel eingesammelt. Gib mir erst mal die Coins. Du weißt, wie das geht, ne, Max? Ich hab' das schon mal gespielt. Ja, klar. Ziegel einsammeln. Hier hoch, komm. Wilde Maus wird euch so brutal zerstören. So. Okay, ich hab' jetzt ganz viele... Komm mal hier, Max, ich geh schon rüber, ne? Siehst du das? Ich hab' die Ziegel. Ich hab' 64. 30 Ziegel. Wo hast du die Materialien her? Kannst du dir kaufen bei dem Dealer. Ziegel einsammeln oder beim Dealer im Shop kaufen. Ich werd' den nur töten. Aber ich hab' den nicht. Ich kann mir jetzt keine Waffe leisten, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wir müssen noch Eisen dafür grinden. Eisen gibt's dann auf der nächsten Insel wieder. Wie renn' ich denn? Mit, äh, Shift. Lost! Komm her, Max, komm her. Still kurz, still kurz, still kurz. Wo seid ihr, wo seid ihr? Hier, ich hab' den OP-Schwertgold, Max. Ja. Also, OPs sind nicht, aber hier. Das Ziel ist, das Bett vom Gegner zu zerstören. Das wisst ihr, ne? Ja, ja. Hanno hat das mal gespielt vor sechs Jahren. Der ist Profi. Ich werd' euch so töten. Das Ding ist, bei Hanno ist da so, dass ich ihn einfach töten werde. Halt dein Maul, ich hab' schon komplett hochgegriffen. Also, versuch mal umzubringen, weil ich... Ich hab' ein bisschen zu krassen Gear. Wilde Maus, mach du weiter. Sehr gut, Wilde Maus. Das ist zu krassen Gear, weiß ich jetzt nicht mehr. Oh, du bist schneller. Ich hab' jetzt OP-Gier. Oh, Max, wir sind beim Gold in der Mitte als Erster. Wo baust du denn hin, Wilde Maus? Wir wollen doch nicht in die Wolken. Max, nein, geh weg! Pass auf, pass auf! Was ist das, wo du jetzt noch unterfällst? Scheiße! Geh mal weg, geh mal weg! Ich muss hier bauen! Ich bin schon drüben, ich bin schon drüben! Okay, Max, Gold einsammeln, nimm dir die andere Seite vom Gold und dann nach Hause. Schnell! Wir holen uns dafür Bogen. Und wer uns jetzt hier angreift, wird von mir weggebannt. Das ist für immer? Für immer, auch wenn die 100 Euro bezahlt haben. Das ist mir egal, was die bezahlt haben. So, du wirst weggebannt. Du wirst weggebannt. Wie heißt der? Web-Teddy. Oh, Hanno! Hanno, was machst du denn? So, weg ist er. Wo ist denn Hanno? Tod ist Hanno! Hier kommt ein Random, hier kommt ein Random, der greift mich an. Wer ist das? Das bin ich! Ich geh wieder, ich wollte nur gucken! Ey, ich hab jetzt, also jetzt mal ruhig jetzt, ja. Ich war kurz davor, dich zu bannen. Also wenn ich Maxim einmal angreift, bann ich ihn. Komm, komm, wir geben ihm mehr, wir holen uns das Gold. Dieser eine Typ hat... Ich hab drei Gold, komm, lass erst mal verwerten. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, ich geh auf Maxim drauf, geh mal. Nee, bitte nicht, könnt ihr nicht auf mich gehen. Ich muss dir was zeigen, Maxim. Ich zeig dir gleich meinen Ass, Alter. Nicht genug Eisen. Eisen, 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 Eisen. Max, pass auf, der hat nen Knockbackstick, der Kai. Ui! Bin tot. Ja, sehr gut! Hä, wer ist denn Kai? Kai, bann ihn, bann ihn. Nein, das ist meiner! Alter, Kai ist mega gut! Alter, Bann Wars ist es, Digga, es ist Bann Wars. Bann Wars. Hab sie! Wir haben unser Bett auch nicht eingebaut, ne? Was ist er denn? Das wird die längste Bann Wars-Runde aller Zeiten, geil. Wie hoch seid ihr da? Darf man sich so hoch bauen? Nee, das ist verboten. Wird gebannt. Boah, gut, dass hier ein Block war. Danke, wilde Maus. Max, jetzt geh zurück, bring das Gold in die Basis. Bring es heim, mein Guder. Geh dafür Burgen kaufen. Oh mein Gott, hab ich viel Gold. Und jetzt baust du das Bett oben ein, okay? Wie viel Gold hab ich denn? Du bist der reichste vom Server, glaub ich, grade. Sieht man das? Habe 1000 Stunden Online-Stunden. Ja, wird gebannt. Ähm... Rewe, ich konnte jetzt nur einen Bogen kaufen, aber dafür hab ich einen richtig teuren. Den nehm ich. Ey, jetzt mal ohne Ranged Weapons. Ohne Ranged Weapons. Warte mal, ein Gold bringt nur ein Pfeil? Ein Gold, ein Pfeil. Was sind das für Serverpreise hier? Ey, Max, ich bau mich grad zu einem rüber, ne? Rüber. Und ich nehm das Bett weg. Das ist gut, dann ist der direkt tot. Der kriegt doch irgendwie gar nichts. Ne, dem sein Team, also wirklich verloren. Ich mach aus mein... Wollen wir... Ja, ja, sag. Also ich muss sagen, hier gibt es jetzt nicht so viel. Ich find das mega geil. Ah, wir nehmen raus, nein! Hallo, Alter, du hast grad verteidigt, du merkst das gar nicht, der versteht das nicht. Der ist einfach dumm. Der ist so dumm, der hat den E-Sports-Gedanken gar nicht. So ist mein Bett. Hast du einen Bogen? Der ist einfach so dumm. Bin seit 2015 auf dem Server. Bin seit 2015 auf dem Server. Wird gebannt. Wird gebannt. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Also, ich muss auf diese Inseln kommen, da sind andere Ressourcen, richtig? Richtig. Cool, aber ich komm da nicht hin, weil es ist halt immer so ein X-Underline-Darkslayer, der mich halt tötet. Ja, der wird gebannt. Wie heißt der, ich banne den? Ähm, Maxim. Ne, 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 ne. Was mit Maxim? Mein Bett wurde zerstört! Oh! Maxim, du bist raus gleich, wenn du stirbst. Okay, bitte ein Kai-Bann. Ich hab vier Gold. Geh mal, geh mal, geh mal! Schnell, 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 schnell! Und 23 Eisen. Gib mal her, Junge! Ich hab zwei Pile. Ich hab jetzt Eisen. Dafür werd ich jetzt so krass... Gut, da hab ich mein Gear, oder? Davy? Was? Fandest du gut, was ich alles hab? Ey, Max, du bist King. Kann man sprinten? Wie? Du musst jetzt für mich gewinnen. Musst du dir beinten. Diese dreckige Lache. Diese dreckige Sch***lache. Ich bin Dr. Dagobert. Ey, Max, jetzt können wir attacken. Komm, ich hab alles. Ich hab Plan, wir gehen rein. Oh, ich nehm bitte auf ihn, nicht auf ihn. Da kommt einer, Max, da kommt einer. Oh, wo denn? Wilde Maus kommt. Max! Hab sie! Gesnipet! Sauber. Hast du gesehen, Tramit? Ich will sie gar nicht. Ich renne wie ein Rentner! Ich krieg das mit dem Dealer nicht hin. Max, komm mit. Ich hab High, ich hab High. Sehr gut. Ist nicht Fortnite, aber ist trotzdem gut. Komm mit, komm mit, komm mit. Der Dealer will nicht mehr. Ich hab einen Competitive Jumping gelegt. Oh, der hat einen Bogen. Obacht macht hier, bau dir Schutz. Ich komm euch jetzt holen. Der ist so eklig. Ja, der ist gut. Hey, Max, pass auf. Ey, 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 pass auf. Ich brauch einen Pfeil. In jedem normalen Game ist auf Steuerung Crouch und auf C Crouch. 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 Oh, oh, jetzt weiß ich, wie Sprinten geht. Ich werd euch jetzt so holen, Brüder. Hab ihn getroffen. Hey, Tramit, wir müssen jetzt irgendwie da rüberkommen. Max, da läuft einer zu uns rüber. Ich muss runterjumpen. Ich muss runterjumpen. Ich verliere meine Items, egal. Ich muss ihn aufhören. Ich will euch jetzt töten. Hey, gib mir mal Pfeile. Weg mit mir, Hanno! Hey, Max, Tramix, komm her, das ist Hanno. Ich helfe, ich helfe, ich helfe, ich helfe, ich helfe. Und Schuss. Nein, ich hab keine Items. Du bist so lost, du bist so lost. Der ist so weit weg, Mann. Hey, ich werd angegriffen, oh mein Gott. Der wird gebannt. Ich war mitten im Sniper-Action, wer war das? Was? Ein Kai? Ihr seid so lost, ihr seid so dumm und lost. Sehr spannend. Also, AMK Kai ist auf jeden Fall richtig gut. Wie gefällt mir. Nein! Ich habe euch wegge... Was ist das? Ich hab euch wegge... Wir haben jetzt nur noch ein Leben. Fabrik! Und ich bin tot. Ich bin tot. Wer war das? Ich hab euch so gelöscht. Das gibt's nicht. Weil ich brauch... Hast du noch Gold? Das wird Pfeile für mich, Kai? So, ich... Bin ich jetzt für immer tot? Äh, bitte folgende Spieler bannen. Äh... Ich hab keine Goldheit. Bin ich jetzt... Bin ich jetzt tot? Ey, Wilde Maus, wenn du mich jetzt inerst! Gib ein Bann! Max, mach ihn, mach ihn! Hör auf! Wilde Maus, du hast mein Go! Es gibt ein Bann. Es gibt sowas von ein Bann. Dass die das hier überlebt! Null! Die hat noch... Was ist das für ein Ton? Ist das dieser Minecraft-Levy? Ist das das Kaffee? Komm mal her, Max. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja? Slash-Gang... Nein, nein, nicht Wilde Maus. Nein, nein. Das ist ein Team. Äh, der Kai hat Autoklicker. Was ist das? Sind das Drogen? Das... Ich glaube, das klingt so. Der hat sich vier Autoklicker reingeschmissen. Hä? Schon wieder. Warte mal, was passiert hier? Die Steine lösen sich auf. Oh Gott, nein! Wait! Was macht ihr? Ihr macht doch nur den Server-Schein! Ihr seid Autoklicker nicht unterwegs. Alter, ich fühle mich wie ein Trimax. Es ist so ein ekliges Gefühl. Bann! Mann, ich stehe hier einfach nur und gucke. Es ist wirklich schlimm. Oh nein, Kai! Oh Gott, was ist jetzt passiert? Kai weiß gar nicht, was abgeht. Kai. Kai verliert grad Steinen unter sich. Kai kann ich an! Kai hat Autoklicker an! What the fuck? Was ist denn Autoklicker? Ich kenn nur Autoklicker. So ne ganz neue Designer-Droge. Oh, Kai ist aber richtig hart nicht. Obwohl ich Gordon bin, kann ich ihn nicht töten. Kai ist übel krass. Holy Shit! Digga, hat der auch Quad-Mode an? Was? Die Range hat der doch nicht. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Let's go! Kai, learn to play! Der kann mich mal kreuzweißen mit seinem Autoklicker. Ganz ehrlich. Er hat das Nötige. Das ist einfach. Hanno, pass auf! Nein, nein, nein. Nein! Ey! Das ist so unfair. Hab ich jetzt gewonnen? Bin ich das Letzte eigentlich? Wurde von Gott getötet. Was machen wir hier? Also ich lebe noch, das bedeutet, ich bin der beste Spieler. Ich hab bloß keine Ziege steigert. Oh nein, ich wähl den Freitod. So, Leute. Welches Bett lebt jetzt noch? Das ist bisher ein gutes Game. Das macht Spaß, ne? Also ich bin noch da. Du bist noch da. Das ist gut. Ich bin mal TNT, Junge. Das ist gut. Die TNT. Wie? Warte mal. Nein, nein, nein. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Maxime, pass auf! Kann er mich sehen? Kann er mich sehen? Maxime, hast du mich nicht gesehen? Nee. Das ist so ein Schwachsinn, der hier läuft. Ey, das ist ja die dümmste Sendung der Game Basis. Aber die ist extrem geil hier irgendwie. Oh mein Gott. Versucht mich doch zu killen, ihr Lappen, ey. Nein, nicht auf mich drauf. Nein. Mach's raus. Oh, ich bin raus. Ich kann fliegen. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Look at me go. Ey, wenn ich in echt mal euer Bett seh, ne? Ich werde da so drauf pilzen. Komm, Hennu. Warte, Hennu, wir bauen hier einen kleinen Parcours. Komm. Nein, okay, gerne. Ich kann das Spiel überhaupt nicht. Komm. Na gut. Hennu, jetzt den Parcours lang. Ich mach mein eigenes Ding, du Arschloch. Hennu, den Parcours lang. Ja. Ist mir scheißegal. Hennu. Endlich mal qualitativ hochwertiger Content auf Twitch. Nicht dieser Müll immer bei IRL und so. Und da spreche ich jetzt rüber. Wo ist TNT? Oh, ich muss jetzt rüber. Ähm. Aber Max, also hast du's genossen, unsere Minecraft-Gameplay? Ich fand das mega geil. Das war geil, oder? Gerade das Ende mit der unendlichen Macht. Das Ende mit der unendlichen Macht. Ich fand's geil. Ich fand's richtig gut. Ich fand's geil. Ich fand's richtig gut. Ich hab Hennu getötet, Maxim getötet. Und dann hab ich sie noch genervt im God-Mode. Ähm, wenn ihr hier mal vorbereitet seid, dann hätten wir das richtig spielen können auch, ne? Aber gut. Steckt da nicht drin. Wir spielen später auch noch was. Und zwar Struggle or Die. Was war's? Ich bin hier der Moderator, ich bin der Host. Oh, dann erzähl mal Max, was geht denn heute noch ab? Also, was du gesagt hast, Struggling, das spielen wir erst mal am Sonntag. Ne? Das ist noch ein bisschen hin. Gehen wir was essen? Wir haben Zeit. Ich hab grad gegessen, weil ich wär dabei. Ja? Ja. Ja, ist gut. Ja. In dem Sinne würd ich sagen, geiles Minecraft-Segment. Das war echt gut. Und es war schön. Macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Bis gleich. Tschüss.